hallo hallo schönen guten morgen so ich möchte weiter an den zwei karten arbeiten und habe da festgestellt passende rahmen stanzen habe ich nicht für dieses fassepartout ja und deswegen werde ich mir da was überlegen müssen habe jetzt das eine so befestigt gefällt mir eigentlich ich habe es da hinten so ein bisschen festgemacht werde das dann abschneiden als aufleger hatte ich ja schon erwähnt wer das ist weil das papier ist nicht so stark obwohl doch hat eine stärke aber einfach so ohne ist zu dünn für mich so ich mag das hier so richtig stabil sind ja und das ist das eine erst mal werde ich jetzt mal gucken und für das zweite habe ich jetzt mir so ein text schablone rausgeholt ist auch aus dem alten action set stanz schablone setne diese und ja ich würde sagen das passt könnte mir dann ein tag daraus stanze mal gucken wie ich das noch dann ausarbeiten werde und dann kann man auch so ein fähnchen auch dazu noch aus dem gleichen papier so unterlegen oder dazu aufbringen mit einer schrift oder so einen schriftzug deswegen ja ich hatte dieses papier für das da ausgesucht diese karte rohling und deswegen wegen dem rahmen das diese werde ich dann die seite nutzen und für das dann das ebenso wird eben geteilt ja ja da muss man ich da habe alles abgesucht dachte ich vielleicht so viel und trotzdem nichts dabei so dann wird man schauen dass ich die einfach die falz linie dann wegschneiden und wird man schauen wie das dann sich macht so ein teil obwohl mal gucken vielleicht kann man das wo noch nutzen und dann das zweite noch auch noch auch noch so auch die falz linie wegschneiden und dann gerade hier so und dann sind das erstmal so zwei elemente so gut das hier das ist auch noch ausstenzen ja ich hatte erstmal ausgemessen dass vielleicht über die so ne ist auch hübsch ne das hatte ich mir auch so überlegt dachte ich so ein rahmen drüber aber hier ja es guckt raus und das ist doof ja 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 und danach komme ich auf die idee dann kann ich doch das doch so wie ein teck ist ja auch süß kann man so ein bewegliches element vielleicht auf der karte aufsetzen mal schauen ich stanze das dann aus habe es so angelegt erstmal dachte ich hier rüber und dann kommt so viel von dem welpen weg und dann hier drüben da ist besser wenn ein kätzchen ist da mehr fläche ne ja das werde ich mal auch noch die sind ja schön dieser schablon hat sich auch noch nicht genutzt aber auch sonst prägerant ne zum ja das das eine und da werde ich mal gucken ähm eine karte ich glaube in der gleichen farbe werde ich dann unterlege karte nehmen es wird dann was so hat mir jetzt den bogen raus gesucht aufgelegt ne ja ich werde wohl so eine so aufklappbare karte machen und dann geht es was werde ich mal zu schneiden werde ich mal zuschneiden werde ich mal zuschneiden mal zuschneiden und dann